Früher haben die Frauen die Familie versorgt mit guter Nahrung. Sie haben von morgens bis abends gekocht und manchmal einen kleinen Garten gehabt. Es war sozusagen, ja, die Frauen sind in der Arbeitswelt. Wer hat die Nahrung der Menschen übernommen? Die Industrie. Und die Industrie hat noch kein Bewusstsein für ihre Verantwortung für die Gesundheit. Wird langsam von den Menschen immer mehr verlangt und mehr Bewusstsein kommt rauf. Aber klar, die industrielle Ernährung hat natürlich das Gros der Ernährungsprobleme, der Krankheiten von heute verursacht.